Zu Tisch ist eine kleine Sammlungsausstellung, deren Kern das Mobil, die mobile Kleinküche von Max Bottini bildet. Drumherum finden sich aber verschiedenste Werke aus der Thurgauischen Kunstsammlung. Die Thurgauische Kunstsammlung geht zurück um ungefähr 100 Jahre und deshalb können wir sehr schön zeigen, wie in verschiedenen Zeiten das Thema des Tisches ganz unterschiedlich behandelt worden ist. Da gibt es ganz konventionelle Stilleben oder da gibt es zum Beispiel einen Diogograph, dessen Stilleben sich plötzlich weiterentwickelt haben, bis zur ungegenständlichen Komposition. Oder es gibt die wunderbaren Blumensträuße von der Helenda. Was wir hier sehen, das ist eine mobile Kleinküche von Max Bottini. Max Bottini ist in den Jahren 2002 bis 2008 mit dieser Küche verschiedentlich unterwegs gewesen. Man kann diese Kleinstküche zusammenpacken. Sie hat Räder und damit ist er in den Zug gestiegen und an beliebigen Orten auf dem Bahnsteig hat er dann begonnen zu kochen. Wenn er angekommen ist, hat Max Bottini geschaut, was es an diesen Orten gerade einzukaufen gibt und dann hat er Menschen auf dem Bahnsteig gefragt, willst du mit mir Mittagessen einnehmen? Er hat vor Ort für diese Menschen ein Menü gekocht. Die Küche enthält alles, was es braucht, um ein Gastmahl zuzubereiten und sie hat zum anderen hier ein Fotoapparat, der dazu dient, das Kochen und nicht zuletzt aber auch das Gastmahl zu dokumentieren. Diese Dokumentationen finden sich dann da hinten an der Wand, sodass man diese Aktionen von Max Bottini zusammen mit je einem Gast nachvollziehen kann.